hey looks like you've got a bit of rivalry going on out there this is good get people talking about you just make sure you are from them ok so damit werden wir auch schon zurück beim nächsten teil von eros videos die wir jetzt kommentieren wollen mit mir meine ich wieder den philip dtm nf1 und meine wenigkeit ja es gibt weitere sachen zu berichten im hintergrund sehen wir noch wie fettel und arriva bene in der ferrari hospitality stehen während wir von unserer entzückenden pr agentin begrüßt worden sind wie gefällt sie dir eigentlich ich weiß ich dachte ich nicht so wirklich drauf aber wahrscheinlich hat das date abgelegt wir waren wohl zu stellen haben das date abgelegt okay um was geht es in diesem video formation lab manuelle start safety politiker reifenauswahl und beginnen wollen wir aber mit der einführung in das neue rivalitätsprogramm das codemasters hier nun propagieren will was hältst du davon weiß ich nur gar nichts das ist mir neu sobald wollen die was mit realität machen das ist mir komplett es gab ja schon es gab doch schon in alten karrieren dass du dann im laufe der saison ihren rivalen auspickst und wenn du den beat schlägst dann darfst du sein cockpit übernehmen in der nächsten saison das kennen wir schon aber jetzt wills codemasters so machen dass immer eine dynamische rivalität besteht das fängt mit dem teamkollegen an logischerweise weil der teamkollege ist immer der erste gradmesser und dann weiter je nachdem wie du dich im vergleich zum teamkollegen schlägst du fahren die ich nehme mal an im nähe der fahrer wertung bei dir stehen er hat gemeint es würde alle fünf rennen in etwa wechseln damit es immer neue herausforderungen gibt das klingt eigentlich vielversprechend auf die umsetzung natürlich mal wieder drauf an das ist halt immer das große problem was ich immer noch so ein bisschen sehe aber das ist mal schauen wie es codemasters tatsächlich umsetzt und wie es uns dann auch gefallen wird weil jetzt können wir noch mehr in die zukunft sehen in den nächsten monate werden dann so irgendwann die luft raus ist aus den karriere let's place werden wir sehen ob sich das bewährt hat oder nicht den nun den direkten rivalen vettel in dem fall also der teamkollege auch mein anruf ja ja hallo ja wie geht es ihr scheiße geht es mir gerade ja was soll ich erreichen ah ja qualifier dritter oder besser ja passt nicht so schneller fahren als fettel alles klar mitgemacht und dann das nächste date das nächste date so ich habe ein date mit fettel zu machen ich glaube er date mit erif deswegen ist zugemacht so hier sieht man schön die realität was man erreicht hat im vergleich zu seinem teamkollege und was nicht selbst in welchem sektor man schneller war wird verglichen eigentlich ein nettes detail man kann somit sich sein balken auffüllen lassen wird es mal so eine art leistungsparameter nennen da fällt mir gerade was ein bei den sektoren ich bin mal gespannt ob es wieder sogenannte kai sektoren gibt wo die kai einfach immer besser bis oder besser ist als man selber und wo und ob es sektoren gibt wo man einfach wieder deutlich besser ist werden wir herausfinden ich bin gespannt aktuell können wir immerhin sagen dass codemasters auch belohnt wenn man überhaupt fährt sie mehr daran dass es ein heikchen gibt für qualifying komplettiert und strafenfrei reicht aber nicht wenn man langfristig überzeugen will wir sehen hier wie das weiter zurück steigt warte nissanruf ja ja ich habe jetzt nicht abgeschuftet das geht so nicht weiter ne ja passt schon ja ja was ich soll achter werden oder besser alles klar danke tschüss damit hätten wir das auch geklärt ne also wir sollen achter werden scheinbar um uns gegen fettel zu behaupten und dafür brauchen wir eine gute reifen auswahl eine gute strategie ja wir müssen uns entscheiden zwischen ausgeglichen weich und hart also scheinbar gibt es dann in anführungszeichen nur presets aus denen wir wählen können weiß nicht das jetzt großartig was anderes gewesen wenn wir uns die komplett selbst suchen könnten die reifen zusammenstellung ist wahrscheinlich besser wenn es presets gibt dann überfordert ist manche vielleicht nicht so man könnte natürlich jetzt argumentieren man sieht jetzt zum beispiel zwei reifen haben dieses ausrufe zeichen das heißt man muss den reifen ja man muss ja mal den härteren reifen nehmen im fall australien ist es ja der soft oder der medium deswegen also die beiden musst du wahrscheinlich nehmen und dann kommt eigentlich nur noch die frage wie viele supersofts du mitnehmen wirst man sieht ja auch schon bei dem bild das geht ja auch zurückgegeben sind ja sieben reifensätze ich kenne das reklamort ist ja nicht so dass man sieben reifensätze schon zurückgeben muss das ist bei mir komplett untergegangen aber ich denke mal auch darauf ankommen wie exzessiv training sessions dann nutzen wirst ja das auch aber ich denke mal man kann jetzt zwischen drei möglichkeiten aussuchen ich denke mal dass es eh nur maximal vier bis fünf überhaupt gibt ja von daher glaube ich dass das nicht so großen unterschied macht von 13 reifensätzen schon sieben abgeben muss bleiben dir sechs reifensätze übrig ja dann kommt noch darauf an welche davon angefahren sind und welche nicht ja genau dann brauchst du noch die zwei härtesten auf jeden fall dann heißt es da bleiben nur noch vier unterschiedliche reifensätzen da bist du ja bei dann fast drei möglichkeiten oder vier möglichkeiten nur noch von daher glaube das ist schon zu viel hypothese ich glaube wenn man es erst mal selbst spielt dürfte es einem einfacher fallen als wenn wir ich sehe gerade noch da oben steht noch das kleine r das wird wahrscheinlich für für ways bedeuten weil das ja ja auf englisch ist für zu deutsch auf rennen das wahrscheinlich die rechten reifen die kompletten renn reifen ja 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 stimmt das würde ich jetzt einfach mal so sagen glaube aber das mit den vielen reifen wird es dann auch erst ab einem längeren renn interessant so als er auch selbst gesagt die meinung die meinung teile ich 100 prozent rennen ist immer so eine sache wer zieht es schon durch kann man einmal machen oder zwei mal aber ich glaube ich mache es fünf mal 50 prozent rennen sind ja eh so unser metier und ich fände gerade noch was auf ja okay fände gerade noch was auf das geht seit drei von sieben seit vier von sieben seit fünf von sieben seit sieben von sieben denk mal das kommt darauf an dass du eben sieben super softs mit diesem weicheren mit der weichen reifen auswahl zur verfügung hast ob würdest du jetzt auf balanced gehen dann sind es nur sechs mögliche super softs und vielleicht ein soft mehr interessant das heißt wir haben schon mal die möglichkeit viele strategien anzugehen je nachdem welche reifen wir ausgewählt haben er meinte auch man kann während des renns die strategie ändern und das an den renningenieur so funken man hört ja auch oft in der echten form 1 von we stick on plan a oder so oder können zu plan b wechseln das wird dann auch interessant sein klar du kannst natürlich immer noch entscheiden je nachdem wie du gerade lust hast wann du in die box gehst aber dieser mit den mit den tollen reifen simulation das könnte noch sehr interessant werden jetzt haben wir das nächste bild hier mit der rennsch-strategie und da fällt mir eins sofort auf und das ist das wetter das geht wahrscheinlich da oben jetzt dass der wetterverlauf sein kann das sein ja es wäre noch ein bisschen ja stimmt das ist ja auch mit mit den mit dem reifen und so das könnte echt sein dass man das da oben auf einmal sieht das fällt mir nämlich jetzt gerade erst auf aber wir haben hier bei ihm zwei das heißt in diesem rennen wird es gegen ende das tröpfeln anfangen richtig frage ist natürlich wie realistisch ist das dann genau und wie sicher sind die angaben weil wir hatten sie immer sehr sehr genau waren naja also wir hatten auch oft rennen wo 100 prozent regenwahrscheinlichkeit stand und dann war es die ganze zeit sonnig ja gut das war bei den vorgängern meistens der fall aber im 2015 muss ich echt sagen weil das doch im 2015 auch hatten hatten wir auch in manchen liga rennen okay aber nicht weiter diskutieren aber das wetter ist ja eh immer unberechenbar ja genau auf jeden fall ist interessant dass man hier zumindest das gefühl bekommt sich intensiv mit den reifen zu beschäftigen laut erath wird der rennen ingenieur dann auch anhand deiner leistungen in den tests in den training sessions erkennen ob du eher der typ für eine drei stop oder zwei stopp ist beziehungsweise in diesem beispiel zwei stopp oder ein stopp je nachdem wie gut ein zeiten sind mit höheren laufzeiten der reifen und man kann auch die spritmenge beschrieben das sieht man unten und was ich auch interessant fand da auch unten noch bearbeitete strategie vielleicht kann ich sogar selber noch nach bearbeiten ja das wäre schon gut jetzt sehen wir hier den rennstart mit der rationsrunde auf deutsch einführungsrunde wie die abläuft genau sieht auch eine kleine anleitung quasi was man drücken muss das geht zum beispiel drücke den einen knopf damit du losfährst und dann optimiere den gaspedal so wie ich das ich glaube optimiere da optimiere die drehzahl ist einfach so ein hinweis also dass du aufs gas gehen sollst und du sollst auf jeden fall den knopf oder die die hat stehen schalthebel gedrückt halt mit dem du hochschaltest und sobald du losfahren willst lässt du den los wenn ich es richtig so verstanden habe das wird denke ich sehr cool ich kann mir vorstellen dass das jeder ausprobieren will und wenn in ligaren dann wirklich die synchronisation passt wir hatten es im 15 oft so dass manche eine halbe sekunde vor anderen los gestartet sind dann verfälscht es das aber wenn codemasters wirklich für stabile 22 slot lobbies garantieren kann wird es extrem cool weil man nun durch verschlafen des staats wirklich einbüßen kann oder durch einen sehr guten start noch viel mehr ein einfluss auf ein hoffentlich positives rennen geschehen hat mir gefällt es sehr bei dieser einführungsrunde sieht man natürlich oben links welche reifmischung hat von meinen vorderleuten oder hinterleuten und und unten rechts ist gut ich finde es hauptsächlich gut war gerade in karriere rennen hat der der rennen das nie angesagt im 15er das war immer ein knackpunkt und hier siehst du es oben links ob es in online natürlich positiv ausgelegt ist das war stark zu bezweifeln aber genau weil wir aber in karrieresaison dann ist es ist das ist eine hilfe eine info weil sie das hat der renningenieur leider nie gegeben ja aber wäre das nicht auch verboten durch den renningenieur mit den funk regeln ja mittlerweile ja aber da eigentlich information die dich ja ich fände es irgendwie besser wenn man vermuten muss welche reifen er auf hat klar man könnte es auch im renndirektor nachschauen aber vielleicht macht es das so auch deutlich komfortabler wir werden sehen wie wir das dann händeln werden und auf jeden fall auch gesehen unten rechts habe ich gerade eingehen dass man die bremstemperatur gesehen hat und die reifentemperatur genau die frage ist wie stark jetzt schlangen linien fahren sich lohnen wird oder ob es verboten ist oder ob einfach nur beschleunigen und abbremsen rapide die beste variante ist wir haben auch gesehen wie es keine richtige strafe gab obwohl er viele kis überholt hat er meinte er hätte die strafen auf nur reduziert gestellt weil ich fände es eigentlich schon richtig wenn da irgendwie eine meldung kommt dass man zurückgepfeift wird jetzt schauen wir uns aber erst mal den manuellen start an da hat man deutlich gesehen dass er auch dass der wagen nicht sofort losgefahren ist sobald die letzte ampel angegangen ist das ist ja heutzutage normal gewesen im 2015 her hat man wirklich so eine kleine verzögerung gesehen ja aber auch dass er die chance hat gegen die ki zu bestehen richtig was auch richtig dass man sehen hat was man natürlich jetzt auch noch gesehen hat ist ich glaube er fährt ohne traktionskontrolle oder kann gut sein wenn man nämlich unten rechts mal hingeschaut hat hat man ungefähr gesehen wie viel gas gegeben hat das auto ist nicht ausgebrochen hat circa 40 prozent gas gegeben in den unteren gängen und geht dann relativ zügig hoch bis auf 90 prozent also große änderungen zu 2015 glaube ich ist da nicht gegeben aber immerhin können wir es jetzt anhand der grünen oder dann roten balken nachvollziehen wie viel gas man gibt es könnten sehr interessantes detail werden wenn man sich im nachhinein aufnahmen anschaut um zu sehen was die beste linie ist hier sehen wir jetzt auch was sehr interessantes es gab von der ki einen selbst verursachten crash ricardo ist ausgeschieden hatten reifen verloren dass er hier den palmer gedreht hat hat damit nichts zu tun und wir haben direkt safety car was ich leider auch wieder erschreckend fand ist dass die kaeder eigentlich man der kurve wieder skand an skatt weitergefahren ist das fand ich nicht wieder viel viel erschreckender als dass das safety car aufgeploppt ist die skanden wieder quasi so nach dem motto zwar doch an uns vorbei ist wenn es quasi wieder so eine einladung ist das war dann wieder so kein ki fortschritt das ist mir nämlich ist wahrscheinlich eine ausnahmesituation dass die straße so blockiert wird wäre natürlich auch schön wenn die ki dann drängt daran denkt außenrum zu fahren und nicht wartet bis der ghostet quasi aber neu ist dass das safety car direkt zur ersten runde rauskommen kann das gab es im 14er und 13er nämlich nicht das ging frühestens ab doch das ging nicht ab der ersten runde sonst hätten wir das in einigen ligaren gehabt man kann selbst während der safety car periode nun alles steuern vorher wurdest du automatisch gebremst vom spiel und hattest eigentlich kaum die möglichkeit so wie hier den hülkenberg weg zu rammen man hat nun komplett selbst die kontrolle wird nur ermahnt wenn man zu langsam fährt oder zu schnell aber hat alles in eigenen händen du wirst nicht automatisch vom computer gebremst glaube ich auch ein schönes gefühl damit der fahrer wirklich weiß okay ich bin hier der herr im haus und habe wirklich das spiel in meinen händen also kann es stark beeinflussen es kommt eigentlich das wichtigste was ich finde wenn eine safety car phase vorbei ist denn man musste jetzt immer warten im 14er war das der fall bis wirklich die grüne flagge daraus war bis du dann wirklich gas geben konntest hier kannst du quasi wenn du die skelle kennst wo auf einmal dann grün geschwenkt wird kannst du quasi auch vielleicht die ki wieder austricksen wenn du mir einfach auf gefühl sagst gleich kommt grün ich gebe jetzt schon vollgas das konntest du zum beispiel im 14 nasch gar nicht da musst du wirklich warten und hier ist wirklich die reaktion des fahrers entscheidend man sieht es ja auch wieder schon riesen rückstrahl auf den hülkenberg bekommt also ein typischer raikön restart eigentlich passt zum auto wir sehen wie gesagt es ist sehr wichtig da mitzudenken wie du schon gesagt hast und die safety car periode war drei runden lang eigentlich auch ordentlich jetzt in einem 25 prozent rennen gesehen er hat gemeint es variiert je nach größe des unfalls wollen wir mal hoffen dass das dann einigermaßen ausgeglichen ist und dass ein safety car vor allem nicht bei jedem crash rauskommt und dass ich zehn runden rausfüge obwohl nichts war genau das ist auch so was nicht dass da wirklich bei jeder berührung wo einer flügel verliert gleich virtuelles safety car auch rauskommt weil das kann schnell den rhythmus zerstören wir wissen alle dass in flieger rennen oder wahrscheinlich auch in der karriere öfters unfälle passieren und wenn dann dauernd irgendwie eingegriffen wird das hoffe der der rhythmus vom wird nicht unterbrochen soweit unsere gedanken erst mal ist nur noch etwas hinzufügen momentan eigentlich zu dem wie du jetzt nicht sondern eher zu fragen die uns beiden noch erreicht haben unter dem ersten analyse video die folgen hast du hauptsächlich aufgeschrieben genau ein user hat geschrieben er findet es nicht ganz nachvollziehbar dass kundenteams über die test sessions in den trainings auch den motor ab abdaten können zum beispiel jetzt in williams bei mercedes motoren das ist eigentlich nicht wirklich logisch aber daran hat code masters dann anscheinend auch nicht gedacht oder was wir noch nicht wissen vielleicht gibt es da nicht die idee die erweiterung des motors sondern vielleicht einen anderen menüpunkt der hat vielleicht bei einem anderen team nicht dabei ist kann durchaus auch möglich sein dann in ähnlichem kontext auch die frage obwohl die ki ihr auto auch upgraden kann sprich wenn wir jetzt vorne sind als ferrari und uns so stark updaten dass wir nun schneller als mercedes sind ist das ja schön und gut aber sehen wir auch unabhängig von unserem fortschritt in hinteren teil des mittelfeldes unterschiede in der kai das jetzt manor vor force india ist oder sowas ich hoffe schon das wäre schön es wäre schön nur weil sonst wäre das system irgendwo fragwürdig warum nur der spieler und nicht konkurrenz in dem an genau die frage ist halt wie detailliert code masters danach hackt dann als nächstes das ist mir so vorhin in den sinn gekommen speziell die noch mal berichte zum umgang qualifying durchgelesen habe obwohl auch bei starkem regen in einem rennen das safety car dann rauskommt ob code masters daran gedacht hat werden sie nicht einführen haben das bisher so nie gemacht ich glaube dass es wirklich ja aber es wäre realitätsgetreu es wäre realitätsgetreu aber ich glaube nicht wenn du jetzt in führung liegt dann sagt das spiel auf einmal rote flagge oder safety car und dein ganzer vorsprung ist wenn ich glaube dann rastest du aus dann fragst du dich auch wieder was haben die da fabriziert ich glaube es ehrlich gesagt nicht ich glaube dass es wirklich dieses limit gibt und dass man dieses limit nicht überschreiten wird gut was ja jetzt gesagt wenn so ein faktor kommt der dann einem das rennen quasi ruiniert würdest du dann auch so etwas wie riebeschäden oder verpatzte boxen stops gutheißen die unbeeinflussbar sind aber die eben eine rolle spielen können also ein spannungselement werden eigentlich eher nicht weil das ist ja wieder frustpotenzial für den spieler klar es kann immer mal passieren dass ein rad klemmt oder so das wäre aber wieder zufällig und gerade bei online rennen wäre es dann halt doch sehr sehr unfair den anderen gegenüber meinung teile ich wenn es eine option dafür gäbe dass man unvorhersehbare dinge auch aktivieren kann dann fände ich es okay aber ich denke die meisten würden es dann ausstellen dann noch eine frage die generell an alle zuschauer gerichtet ist würdet ihr gerne überhaupt das virtuelle safety car sehen in der echten formel 1 kommt es wirklich ganz selten vor wir haben einmal von ich glaubt hier mit madoc gehört in einem seiner videos dass er gemeint hat bei dem beta test wo die im märz bei code masters waren in birmingham kam alle paar runden das virtuelle safety car raus bei jedem kleinen unfall wollen wir mal hoffen dass die das mittlerweile gefixt haben weil das ist ähnlich in zusammenhang mit dem was ich schon gesagt habe nicht dass der spielfluss dann ruiniert wird weil dauernd eine unterbrechung kommt seitens der rennleitung also auch eine frage an euch gern jedes virtuelle safety car sehen würdet so gefühlt weil es man darauf überhaupt eine richtige antwort geben kann eigentlich nicht dass ich glaube das würde der safety car zu programmieren für die schwerer als das normale safety car crash safety car bring mich jetzt das virtuelle safety car aus schwierig das ist wieder so eine frage da werden einige zufrieden mit sein und eines andere werden sagen komplett überflüssig und will ich völlig unzufrieden sein damit das wird vor allem dann auch in online rennen frage werden das könnte auch wieder so ein reizpotenzial oder diskussionspotenzial werden wird am ende noch irgendwie virtuelle safety car durch ein crash provoziert und das wollen wir ja eigentlich nicht deswegen hoffen wir dass code masters daran denkt maße zu halten wir wollen jetzt auch maß halten und das video nicht zu lang treiben in dem sinne würde ich sagen verabschieden wir uns oder philipp tschau